Ich wollte mich mit ins Pettel nehmen, weil ich mir dachte, ah, kommt der so gut an, aber ich hab ganz oft auf Facebook und Sprüche und so überall gelesen können. Wenn du den Song nicht singst, dann komm ich hin. Wenn ich mir gedacht habe, wenn der doch so gut ankam, dann hab ich ihn auf jeden Fall dabei. Der Song ist vom Kind zu verlieren und er heißt... Der Song ist vom Kind zu verlieren und er heißt... Der Song ist vom Kind zu verlieren und er heißt... Der Song ist vom Kind zu verlieren und er heißt... Der Song ist vom Kind zu verlieren und er heißt... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.